Das erste wichtige Element hier ist, ist das der gegenseitig, gegenteiligen Kräfte. Und damit haben wir es häufig, oder in aller Regel zu tun, wenn Edelsteine entstehen. Diese gegenteiligen Kräfte, bewirken, dass das Thema Yin und Yang und in dem Fall, den wir vorhin gesehen haben, männlich und weiblich, auch die Themen gut und schlecht, spirituell und materiell, die sehr stark im Vordergrund stehen, bei den Edelsteinen. Es kann sich auch zeigen, in der Form von Tierhaftem oder Triebhaftem im Gegensatz zu einer erleuchteten Aufklärung, einer aufgeklärten Einstellung. Das konnten wir im ersten Fall auch ganz gut beobachten. Bei dieser Frau kann man spüren, dass es so eine instinkthafte Situation war, dass sie sich quasi auf die Seite dieses in Anführungszeichen hysterischen, weiblichen Teils begaben. Wenn es einen Konflikt gab, hat sie nur geweint. Und ein anderer Teil aber, in dem Gespräch, das ich mit ihr führte, saß einen Meter weiter außen und dieser Teil sagte, ich kann das alles sehen und beobachten. Ich verstehe schon, was da bei ihm passiert. Ich verstehe auch, was bei mir passiert. Häufig ist es so also, dass ein Mensch, der so einen Edelstein braucht, sich zerrissen fühlt, hin und her gerissen, zwischen dieser einsichtigen Seite und dieser instinktentriebhaften Seite. Mit diesen gegensätzlichen Kräften haben wir es auch zu tun, haben wir mit Kräften, die sich nicht vereinigen lassen. Genau wie die Kräfte des Wassers und des Feuers kann man auch hier in diesen Fällen etwas nicht vereinigen, zusammenführen. Was die Leute uns sagen können, wäre sowas wie, ich sehe da keinen Ausweg. Das ist eine unmögliche Situation. Und in diesen Fällen, und wir werden noch darüber sprechen, in ein wenig Zeit, in diesen Fällen, der einzige Weg raus ist eine Transmutation oder eine Transformation der Bewusstsein über die ganze Situation. Und in diesen Fällen, wo wir später dann auch noch darüber sprechen werden, ist der einzige Ausweg eine Transformation und eine ganz andere Sicht auf die Situation. Und ich habe hier ein paar einfache, simple Bilder benutzt, um Ihnen einmal diese beiden Kräfte vor Augen zu führen. Links haben wir ein Stück Rhodonit. Da haben wir auch eine Prüfung gemacht, das mit dem Teil. Rechts haben wir das Wasser. Und dazwischen, wenn die beiden sich treffen, dann sehen wir, wie sich Kristalle bilden. Hier haben wir ein Beispiel aus der Natur. Da haben wir das Calcit, denke ich, in der Mitte, mit dem rechten des Sediments und das linke. Und da, wo sie sich treffen, läuft das Calcit durch. Und da, wo sie sich treffen, bei mich so gut macht, mit dem der Natur. Und da, wo sie sich Frauen Und dann sind wir in die Und da, wo sie sich